hallo und herzlich willkommen zu einem neuen display bei uns wir haben für euch den politik anders heißt es police tactics imperial haben wir jetzt schon ist schon draußen also ist schon zu kaufen wir haben es vor circa zehn tagen schon bekommen von der firma astragon dankeschön an die jungs dankeschön dankeschön war auch wirklich hübscher packen so einem ausgesehen wie sohn wie sohn kennt ihr in amerika wenn ich wenn es so diese diese fälle guckt dieses dieses diese diese akte genau so ist es angekommen beim kollegen boxers richtig gut ausgesehen also haben sich echt mühe gegeben warum kommt es jetzt erst so spät es ist tatsächlich so dass ich ich hoffe die musik ist nicht so laut ich muss immer gucken ich hoffe tatsächlich dass ich mache das mal so so läuft ich habe das schon gespielt und zwar habe ich mir das vor angeschaut bevor ich das let's playe weil ich mir dachte ich gucke mir das an weil wenn das irgendwas ist was mir keinen spaß macht nee dann habe ich ehrlich gesagt bock darauf aber tatsächlich ist so dass das richtig bock macht ihr habt es bestimmt alle schon gesehen deswegen werden wir das jetzt einfach mal überspringen ich habe das gespielt ich kenne mich soweit ganz gut aus mittlerweile und ich möchte euch das jetzt so erklären wie ich möchte das nochmal neu erklären so ist eigentlich richtig weil die einführung ist ganz gut ist aber sehr sehr umfassend und es gibt sehr viele sachen die du einfach nicht brauchst sage ich jetzt einfach mal aber das machen wir alles step by step ich erkläre euch einfach so wie ich es mir gemerkt habe ich kann auch ganz gut damit zu spielen so es geht im allgemeinen darum du hast einen stadtteil den du beschützen muss oder wo du halt polizeipräsident bist sagen wir es mal so steuerung ganz normal über wast ist die kamera maus machst du sehr viele interaktion es geht schon los in der bezirk in das in ihrem bezirk wurde gerade ein verbrechen begangen wir machen das ganz flott ja war schon wie das läuft weiß ja 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 es ist so du hast am anfang zwei polizisten die polizisten haben verschiedene eigenschaften das werde ich euch alle später noch mal zeigen wir ein bisschen zeit haben wir haben anfang etwas stressig aber die spätere reihenfolge haben wir sehr sehr viel zeit wo wir auf sehr viele details eingehen können ich habe das immer ich habe das so gemacht weil ich ja schon etwas gespielt habe dieses spiel es empfiehlt sich die zwei am anfang ja zusammen loszuschicken und du kannst das ich habe das immer so gemacht ich habe dieses fahrzeug genommen dass du am anfang hast drückste steuerung und die taste eins glaube ich war das genau dann erscheint rechts unten hier ist jetzt erschienen das heißt ich habe die jetzt auf kurzwahl gesetzt das ist in der späteren reihenfolge noch sehr 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 wichtig wenn ihr euch da gleich mal was aneignet so wir lassen jetzt mal hinschicken die kleinen da jetzt mit volle wohme hin was gerade geht über stock und stein mitten durch ist ganz egal einfach dahin muss gefahren werden so und dann werden die das gleiche ratzefuß aussteigen und den typen erst mal jetzt ne zeigen wo der hammer hängt jetzt guckt er das an eines gleich wieder eingestiegen hat gesagt jo ich mache das alleine ist sind festgenommen glaube der wird gerade festgenommen so und es ist so es kommt immer ein zweiter wagen wenn jemand festgenommen wurde und der holt den ab also das macht man nicht selber sondern das macht wirklich der wagen da kommt einfach ein separater wagen vom vom computer sagen wir mal so wird einfach dann gestellt und der wird abtransportiert fertig so meine leute sind wieder frei wir haben momentan nur zwei leute und einen wagen das wird sich aber bald bald ändern lassen wir gucken haben wir noch irgendwas zu tun so dass hier ich habe das immer ich muss das leider so machen weil ich habe mir das so ange angeeignet dass er ein raubüberfall ich ist ich komme nicht zum erklären so ich zeige euch noch ganz kurz was die linke sache die hier steht in rot die zwei das ist die stärke des gegners so habe ich mir das gemerkt und rechts wenn ich jetzt diese einheit nicht die ich habe das heißt zwei stück die haben eine stärke von sechs das heißt das können wir ganz locker machen es wird dann später reinfolge so sein dass bei großen überfällen wird es so sein dass wir hier eine zahl von zehn bis zwanzig haben und ich habe da nur mit zwei drei leuten eine zahl von sechs bis neun das schaffen wir dann nicht aber dann alter die schießen ja war gelöst er liegt am boden das ist halt ja wie soll man das jetzt sagen da kommt das gleich der tv vorgefahren und es ist halt keine wie soll man das jetzt nennen wie sage ich das jetzt am besten ohne dass es falsch klingt es ist ein sehr interessantes spiel wenn ihr interessiert seid daran so zuteilen es ist sehr viel zuteilen es hat ein bisschen was ich bin ja ich vergleiche das immer gerne mit der ls-schiene hat ein bisschen was mit ls zu tun tatsächlich auch mit köstlich es ist einfach so das heißt alles zu das heißt alles ein wir werden strecken erstellen wir werden wie heißt das streifendienste erstellen wir werden neue fahrzeuge kaufen wir werden helikopter haben wir werden motorrad streifen bauen und alles solche sachen du kannst leute speziell ausbilden das ist richtig geil gemacht das haben sie wirklich sehr viel haben sie sehr viel zeit reingesteckt das jetzt das nicht so geil aussieht ist ja ganz klar es geht nicht darum wie es aussieht sondern es geht einfach es hat sehr viele funktion es wurde einfach mitgedacht bei der entwicklung und das ist immer nach das musste unbedingt zeigen weil das eben sehr gutes spiel ist wie ich finde aber ich muss jetzt einiges zeigen bevor es wieder weitergeht ja dann seht ihr das das ist wahnsinn jetzt haben wir den fall wir haben hier links sechs stehen hier und wir haben auch eine stärke von sechs das würden sie wahrscheinlich nicht so gerade vielleicht so schaffen muss gucken habe ich noch ich glaube ich habe noch zwei einheiten bekommen ich werde jetzt einfach mal mitnehmen alle rinder so jetzt das sind zwar jetzt zwei andere ich zeige euch gleich den unterschied jetzt haben wir eine zahl von acht das sollte gehen es ist so ich seht unten das sind jetzt ein blauer zwei blauer eine orange und ein roter die bedeutungen zeige ich euch sofort stehen bleiben hier alles festgenommen einer sagt sich okay ich habe nichts zu tun ich klicke wieder zurück läuft da seht ihr da fährt der 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 polizeiwagen schon vor schon vor und nimmt alle drei mit so läuft da habe ich mein mit mit der kurzwahl 1 die ich mir vorher gespeichert habe so jetzt möchte ich euch das zeigen belegschaft es ist so dass die vier verschiedenen farben haben verschiedene bedeutungen das heißt ich habe euch irgendwie habe ich das besser zeigen können ich weiß nicht mehr wie genau hier zum beispiel dass die blauen sind die richtigen polizisten also die für den streifendienst abgestellt einfach dann gibt noch es gibt sehr viele sachen es gibt eindämmungseinheiten es gibt spezial taktiken es gibt kriminaltechniker ermittlungsarbeiter und was infiltration es gibt halt für jedes segment gibt es eigene leute die abgestellt werden du kannst die leute auf direkt auf diese fähigkeiten trainieren das heißt wenn die einen fertigheitspunkt bekommen das heißt sie können einfach im laufe der zeit wenn sie arbeiten 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 werden sie immer besser und du kannst sie dann in eine bestimmte richtung entwickeln kommen aber später zu wenn es soweit ist das ist sehr 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 wichtig du kannst nicht nur diese diese raud ist haben die immer drauf kloppen da geht nicht weil wenn du spuren suchen muss dann brauchst du einfach leute die kriminaltechnisch was drauf haben und da musst du halt in mehrere richtungen wie soll ich sagen du musst einfach nicht nur die 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 haudigen oder haut die haut drauf typen entwickeln sondern man kriminaltechniker mal labor django und solche sachen aber das alles später so wir haben 5000 das ist unser aktueller kontostand rufpunkte drei wir haben durchschnittliche sicherheit von 83 prozent es ist so die später reinfolge wenn wir dieses gebiet hundertprozentig sicher haben werden wir noch weitere gebiete dazu bekommen die hier momentan rot schraffiert sind also nicht so viel zu anfang zum anfang weil das ist schon ganz schön arbeit und die später reinfolge wird auch ziemlich sache gehen aber wir haben da noch ein bisschen zeit jetzt machen wir einen streifendienst so machen wir nicht weil wir haben schon wieder was zu tun so alle hinter das ist halt das coole dran du machst ich habe immer die karren vollgepackt mit leuten die ich gefunden habe wir werden dann noch weiteres personal einstellen und habe die einfach dahin geschickt um das zu klären ich habe nicht geguckt okay das wird sich knapp ausgehen das mal besser noch einen da ich habe immer die karre vollgemacht und hingeschickt immerhin schicken was geht wenn sie nicht gebraucht werden gehen sie sowieso gleich wieder zurück aber du hast auf alle fälle einige mit so sehste geht schon wieder zwei zurück ja jetzt müssten wir uns jetzt ja jetzt müssten wir uns das teilen theoretisch auch so die zwei läuft dann machen wir gleich dennoch das ist jetzt alles sehr sehr schnell am anfang das muss ich ehrlich zugeben aber ich kann es nicht ändern ich könnte das auch so machen das ist jetzt soll jetzt ein raubüberfall sein da müssen wir natürlich hinfahren und die leute jetzt erst mal stellen wir warten jetzt im Moment die sollten gleich um die ecke kommen mit blau licht angeschossen ich höre sie schon ja das wird im real leben nicht passieren dass ich genau ne voreinander stehen und einfach aufeinander schießen das wird nicht passieren im normalfall aber ja so es ist auch wow das fährt mich immer zusammen das habe ich nicht verstanden personal bin ich mache mir dann gleich machen wir alles gleich also es ist sehr 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 viel zu lesen ist es aber wirklich sehr 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 interessant das ganze spiel mir hat das sehr viel spaß gemacht aber das müsst ihr müsst ihr euch noch teilweise reinlesen ich habe mich jetzt schon glaube ich das dritte mal eingelesen mittlerweile weiß ich einigermaßen wie es läuft story modus ist so die mission 1 rotes popcorn da wird halt beschrieben dass ein täter gesucht wird und so weiter und so fort und das von einer ermittlungsarbeiten durchführen muss also die story wenn ihr euch die interessiert müsst ihr euch die selber angucken ich möchte nicht zu viel verraten vom spiel weil ihr sollt natürlich auch das ist einfach ein eindruck von mir es wird natürlich noch weitere folgen geben keine panik aber für den anfang kann ich sagen wer so hat jetzt gar nichts so mit richtiger polizei arbeitet und ist es mehr die leute richtig einzuteilen gucken dass genug da ist strecken zu machen und auch den story modus ein bisschen im augen zu behalten ich habe das spiel jetzt vier ne quatsch 387 minuten gespielt so bevor ich diese aufnahme begonnen habe weil wenn man erstmal drin ist es fesselt es fesselt extrem und das liebe ich an einem spiel so wir haben jetzt hier untersuchen sie den tatort da kann ich jetzt hingehen und sagen okay hier war ein tatort hier ist jemand abgestochen worden wenn man das so sagen kann und das muss untersucht werden müssen spuren genommen werden und so weiter und so fort wie haben sie das du kommst zu gar nichts ich habe das jetzt wo die kloppen sich da muss ich hin die kloppen sich richtig das heißt wir müssen ermittlungsarbeit tätigen unten das müssen wir machen also da wird keiner mehr hingehen weil da ist ja schon jemand verstorben das heißt ich heiße die jungs hier wieder die hauen sich ja richtig auf die ne was verstärkung hey los jetzt hier komm gas hier manchmal ich muss das leider so sagen manchmal ist es so dass ich das teilweise nicht verstehe weil einfach sachen du kannst hier natürlich auch auswählen stop angriffsbewegung zurück zum präsidium aussteigen man kann man muss einfach aussteigen lassen und dann manchmal funktioniert es nicht das ist noch ein bisschen buggy sagen wir mal aber da kommt wieder der wagen was die leute alle mitnimmt es ist im allgemeinen ein sehr 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 gutes spiel wie ich finde sehr gut mit den häusern kommen wir später zu was ich jetzt damit auf sich hat aber es gibt auch fälle wo du jetzt in die häuser rein musst und die leute rausholen musst und suchen musst und da kommt irgendein tipp von der vervölkerung rein und du musst einfach in das haus kontrollieren und gucken was sache ist so jetzt lassen wir die jungs mal hier hinschicken da haben wir jetzt ein roten dabei das ist das ist rot weil hier ist auch rot das ist tat dort arbeit ermittlungsarbeit der geht es gleich hin mit seinem köpferchen und wird das für uns machen und da oben ist so ein balken der wird immer ne je weiter vorgeschritten desto grüner wird der balken sagen wir so ich kann es die leute die ich nicht benötige kann ich jetzt wieder zurückschicken den kann ich zurückschicken das sind alles keine ermittler das ist der einzige der ermittlungstechnisch seht ihr das das ist genau die gleiche farbe wie das hier das ist sehr wichtig so das ist auch kein ermittler der kann auch zurück weil das ist eine glaube ich spurensicherung sonstiges also die hat mit dem jetzt auch sehr sehr wenig zu suchen aber er macht das der typ 14 prozent hat er jetzt es ist so dass ich ich komme zu gar nichts ich komme zu gar nichts wir müssen wahrscheinlich das verschieben aber es ist der fall so dass ich noch ein fahrzeug kaufen ich zeige euch mal die fahrzeuge es gibt einen großen streifenwagen mit sehr 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 viel platz den werden wir uns gleich kaufen weil das ist die die beste investition die das machen könnte es gibt einen kleinen smart es gibt einen schnellen streifenwagen der fährt einfach weil sie nicht 22 oder mit wo doch 22 km und es gibt eine motorrad streife die werden wir dann später auch noch gründen es gibt hubschrauber den können wir noch nicht kaufen soll nicht freigeschalten ja und solche sachen also es gibt sehr 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 viel und es gibt sehr sehr viel zu entdecken auf alle fälle den lassen wir zurück schicken zurück zum präsidium und dann fährt er selbstständig zu unserer basis die ist natürlich hier die können wir eine weitere folge noch ausbauen aber wir haben zeit wir haben zeit ohne ende es ist auch so wenn die leute ein bisschen verletzt sind vom einsatz kommt natürlich vor und du lässt sie zum präsidium zurück dann heilen die sich wenn er komplett down ist dann muss er ins gangen aus eine saison ungefähr für ein bis zwei tage nicht da im dienst aber kommt dann selbstständig wieder zurück das haben sie doch relativ gut gemacht also das waren jetzt in 14 minuten glaube ich so viele infos die ich einfach mal in zwei bis drei stunden spiel zusammen gesucht habe also das kannst du alles nachlesen ja ich bin ehrlich ich wenn ich mir ein spiel kaufe ich gucke auf youtube nach und schaue mir let's plays davon an weil ich einfach nicht keinen bock habe so viel zu lesen muss es ehrlicherweise so sagen gut ich werde das jetzt hier auch an der stelle beenden man kann natürlich alles speichern und fortfahren und so weiter ist gar kein problem wir können auch noch wir haben ich habe noch im prinzipiell habe ich euch fast gar nichts gezeigt das spiel umfasst einfach sehr 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 viel mehr ich könnte mir bitte in den kommentaren schreiben wie das mit der musik ist lauter leiser was ich vielleicht besser euch erklären könnte wenn ihr fragen habt fragen gerne in die kommentare erstellen zu liebsten spiel ich wenn ich kann ich werde es natürlich sofort beantworten gut an der stelle danke fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin macht gut